Jetzt gib mir mein Zeug, bitte. Ja. Hinter dir. Wo bist du? Direkt jetzt runterwerfen einfach. Ja. Siehst du mich? Ja, ja. Ähm, Schwarz. Schuhe? Schuhe? Ich hab keine Schuhe. Scheiße. Scheiße. Warte, ich hier. Fackeln und so Zeug hatte ich auch noch. Ja, danke. Mich ist die Überlaubfuhr, oder was? Ja. Sammy, aber du musst jetzt tanken. Du hast die volle Rüstung, gell? Du musst tanken. Hier hast du zwei Fackeln. Wow. Oh, ich brauch Essen. Hast du Essen? Fuck, ich auch nicht. Ich hab fünf Kerzen. Sag mir nicht, du hast... Jetzt sag mir nicht, du hast kein Essen mehr. Ich hab kein Essen mehr. Ich hab das wahrscheinlich nicht aufgesammelt. Wo geht's denn rein? Wo geht's denn rein? Wie rein? Ja, du musst dazu den... Sammy, ich lass mein ganzes Zeug da. Und versuch das da drin jetzt zu holen, okay? Ich guck's. Das, das, das... Okay, jetzt gibt's Action. Hier, das ist auch wichtig. Okay. Da rechts rein einfach, oder wie? Ja, geh da zu dem ganzen Feuer da hinten. Und dann rechts. Wo da hinten? Ganz durch. Nein, da, wo der erste Loh ist. Wo die Zäune sind. Okay, okay. Und los. Na. Lol, hier ist kein Eingang. Doch, rechts. Lol, die greift mich nicht an. Die greift mich nicht an. Und ich hab keinen Schaden gekriegt. Jetzt hab ich Schaden gekriegt. Scheiße. Oh, Sammy, ich bin raus. Oh, Dankeschön. Der hat mich nur einmal getroffen. Oh, das meint nicht. Oh, das meint nicht. Die greift mich nicht an. Nee, die greifen mich nicht an. Haben sie nicht angegriffen? Bäh. Nee, die waren eigentlich ganz freundlich. Ja, also mich haben sie nicht angegriffen. Na, das find ich gut. Ich hab noch fünf Herzen, ne? Ey, mich greifen die nicht an. Ich weiß nicht, ob es liegt. Ich bin tot. Ich greifen die nicht an. Ich bin tot, bin tot. Du bist nicht tot. Lava. Nice. Wie Lava. Ja, ich baue mich zurück. Zu dir, in Richtung zu dir. Und dann baue ich so und dann kommt Lava von oben. Nee. Nice. Sammy? Das Zeug ist nicht kaputt. Sag mir. Nee, es ist nicht kaputt. Wo ist das? Wo ist das? Zu unserem Treffen da, wo du losgrabb bist. Jetzt brenne ich. Jetzt brenne ich. Jetzt brenne ich. Du wirst nett gebacken kriegen, ey. Also ich wurde gar nicht getroffen. Gut. Mich hab sie auch nicht angegriffen. Oh, lol. Hast du die ganzen Sachen? Ja. Dann will ich gerne eine Spitzhacke. So, erstmal anziehen alles. Spitzhacke? So, hier, dein zwei. Ich bin eine Spitzhacke. Ja, Alter, bist du behindert? Ich hab nur drei Herzen. Gut, dann kann ich sie ja wieder einsammeln. Ah, ha, ha, ha. Ich seh' dich grad nicht mehr. Jetzt geh' mal was zu essen. Was hast du mal essen? Was hast du mal essen? So, la warme war dir, oh, du kacklappen. Er hatte war auch dir. Blum, okay. Sei mir, wir bauen jetzt hier irgendwo lang, okay? Alter, lass es. Hahaha, lol. Ah, jetzt kann ich dich treffen. Warte, ich schlag dich mal. Okay, immer Abstand halten, bevor die Lava kommt. Alter, lass es, ey. Da ist überall Lava. Da ist überall Lava. Wir haben vier Lohnstäbe. Das würde reichen. Für was? Für vier Brauchstäbe. Nee, warum vier? Weg, 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 weg. Das breitet sich ein bisschen schneller aus. Alter. Ja, es fließt acht Blöcke, Leute. Ja, in der Hölle. Jetzt mach mal hin. Jetzt sind wir auf der richtigen Höhe überhaupt. Weiß ich nicht. Wir sind auf der falschen Höhe. What? Ich bin in die Lava gelaufen, Schi-Tot. Brum. Nee. Ja, ich sterbe, glaub ich. Wo bist denn du? Ja, ich bin direkt hinter dir. Was machst du da? Ja, wir sind ja fertig. Hier ist der Eingang. Dein Ernst? Dann bau dich mal rein. Gist du da hoch, oder was? Hä? Leute, ich bin doch über die Sch- Jetzt. Weg, 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 weg. Ach, wir haben ja ein Glück. Geh doch weg, Mann. Nein, 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 pass auf. Mach mal hier vorne auf. Mach mal hier vorne auf. Ich stürme jetzt hoch. Danke, dass du mir ein Schwert gibst. Das finde ich echt nett. Ja, da. Nein, das war das gute Scheiße. Oh. Was soll ich da aufmachen? Pass auf. Ja, warte, ich mach mal selber. Jetzt komm, jetzt komm. Sie haben geschossen. Weg, weg, weg. Oh, Mama. Alter, das war gar nicht... Das war in der Sonne. Ey, wollen wir dir jetzt noch mal snacken? Nein. Da. Hey, Sammy. Sammy, Sammy, warte, warte, warte. Sammy. Was? Ich geb dir mein ganzes Zeug und versuch so viel wie möglich mitzunehmen. Boah, nee, mach's jetzt schon wieder. Doch. Komm, ich got you. So, Lederwarzen. Das da. Dann nimm noch das da. Nimm noch das da. Nimm noch das da. Nimm noch ein Stack davon für Notfall. Crafting Table. Erde geht auch. Seelen sein ist wichtig. Dann 64 Fackeln. So, Sammy. Möge die Macht mit dir sein. Achso, essen brauche ich dann auch nicht mehr. Ich bin wahrscheinlich tot. Magst du mir zugucken? Nee. Ich schleiche mich an. Hat nicht geklappt. Lolls hat geruckelt. Da. Jawohl. Wir haben den Spawn unter Kontrolle. Auf jeden haben wir den. Aber ich hab nur noch, ich hab nur noch zwei Herzen. Gib's mir mal essen, bitte. Komm, jetzt nutzen wir das hier. Jetzt nütze ich, wie das hier geht. Nein. Oh Mann, warum nicht? Alter, wir können ja mega gut fahren. Komm, los, geh fahren. Ja, ich hab noch drei Herzen. Na komm. So viel Damage machen die nicht. Die können dich zweimal treffen. Das reicht mir als Beweis. Wie viele Herzen hast du jetzt noch? Eins. Ja. Nee, jetzt drei verloren. Ja, dann komm. Ja, dann komm. Drei, zwei, eins. Warte, warte, warte. Ich hab noch nicht genug. Drei. Ich krieg ja noch nie. Zwei. Eins. Los, los. Go, 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 go. Die ziehen wir. Die ziehen wir. Die machen wir alle. Die machen wir alle. Die können echt nichts. Oh, ohne. Die können echt nichts. Hinter uns. Der backt da rum. Weg. Die können ja echt nichts. Warte, der hatte was. Ja, Erfahrung. Die können ja gar nichts. Lol. Ah, da hinten kreuchen. Da hinten ist noch ein. Lol, ich brauch Essen. Fuh. Ja, komm her. Brauchst du was? Ich hab, ich hab, ich hab. Okay, okay, okay. Ja, toll, nur einen. Macht. Ja, und scheiß drauf. Mach mal ne Fackel hier. Mach mal ne Fackel. Ach nee, ohne Witz. Ja, mach mal ne Fackel. Mach mal ne Fackel. Ja, weiter weg, Alter. Ja, weiter weg, Alter. Du kannst hier da weggehen. Mach das mal zu. Ja, eben. Ich kümmere mich um die Fend. Oh, lol. Weg, weg. Alter, es sind drei. Es sind drei. Nix weg, Alter. Die können nichts. Die können nichts. Da oben. Oh, da hab ich gar nicht gesehen. Ich hab schon sieben. Ich hab zwei. Ich würd sagen, bei zehn gehen wir. Okay, noch eine Welle. Jetzt komm. Schlag schon mal, schlag schon mal. Auf jeden. Mach Blockschlag. Blockschlag. Ne, also beide Tasten. Das bringt nix, wenn du brennst. Beide Tasten. Das bringt nix, wenn du brennst. Aber ist trotzdem viel geiler. Mein Schwert ist kaputt. Toll. Okay, äh, ich hab acht. Fertig, los. Geh mal. Ich hab zwei. Wir gehen. Ich bin da erstmal reingeschnitten. Ich auch. Wir sind so inkompetent, ne? Ne. Wo geht's entlang, hier? Echt. Die Fackeln sind... Der Fackeltrink ist echt gut. Das ist echt scheiße. Ich find, ohne Fackeln bringt's viel mehr. Da orientiert man sich viel besser. Ja. Ah, hier ist der Lavabrunn. Ey, wir sind ja schon fast draußen. Wir sind ja schon fast draußen. Wo ist eigentlich Niklas? Weiß ich nicht. Ich geh mal kurz essen. Ich geh mal kurz essen. Ich geh mal kurz essen. Du bist leichter. Oh, hier runter, hier runter. Ach, da runter. Scheiße. Ich geh mal kurz essen. Ich bin zwei Stunden weg. Lustig. Ich versuche mal die Aufnahme. Oh, scheiße. Was? Ich hab vergessen zu gucken, wie lange wir aufnehmen. Ach ja. Nein, ich muss gleich aufhören. Ich muss gleich aufhören. Ja, ich muss gleich Fernseh gucken. Ich muss gleich... Du musst Fernseh gucken? Sieh mir ein bisschen kacke. Wo bist du? Hinter dir. Was ist denn daran so lustig? Ohne Witz. Das hat doch nichts mit Lustigkeit zu tun. Da rechts runter. Äh, links runter. Genau. Da gehst du vielleicht runter. Äh, lol, alte, diese Ruckler, ne? Ach, war ja nicht knapp. Ähm, wo musst du denn überhaupt hin? Ich weiß, wo ich hab's gemerkt. Ich weiß, wo ich hab's mir gemerkt. Ich muss angeben. Warte, da hinten war das, ne? Ich hab grad... Ah, da war's, hier war's, hier war's. Alter, ich hab mega die Ruckler gerade. Ich hab auch grad so leichte Mikro-Ruckler. Ja, ich weiß gar nicht, warum. War auch nicht. Guck mal, da hab ich mal in Kappelssohn-Orientierungsblock gesetzt. Alter, ich hab zwischendurch so einen Ruckler, wo ich eine Sekunde lang irgendwie nur 10 Frames hab. Nee, das hab ich nicht. So ein Sekunden-Ruckler. Jetzt geht's bei mir. Doch nicht. Doch jetzt. Nein, ja, jetzt war's grad wieder so ein Mega-Bug. Mama. Das ist ja super, gar nicht lecky. Lol. Sind wir hier rüber gesprungen, wir Verrückten? Alter, bau dich da einfach hoch, ne? Lol. Ja. Ähm. Wo geht's lang? Da, glaub ich. Da hoch, ja, da hoch. Und dann... Bist du... Sammy. Was? Sinn? Bist du tot? Nee. Da stirbst du? Nee. Bist ihr sicher? Ich hoffe. Ja. Dann kommst du dir, kommst du mir. Wir haben mal überlebt, immer mit drei Herzen. Voll kackers. Fast hätte vorhin so ein Gast, ähm, das Portal kaputt gemacht. Geht nicht. Doch. Nein, Gast kann das Portal kaputt machen. Das ist doch klar. Ich kann das kaputt machen. Doch. 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 Ich komm nicht raus. Ah, jetzt, okay. Ja, ist gut. Ist gut. Durch Blut. Voll die geile Landschaft. Oh. Ah, da hinten, okay. Richard. Richard. Wetten, Richard wird von seinen Alten schon vermisst. Boah, es regnet's. Wer hat denn die komischen Bäume da hingesetzt? Die hab ich da hingesetzt. Toll, die sehen ja. Lol. Ich bin ne Spinde und greif einfach mal an. Was für Bäume? Nein, nix. Was für Bäume? Die großen hier. Das da. Ach, das weiß ich nicht. Boah, dieser... Ich würd sagen, ne gute Ausbeute. Der Regen ist so laut. Nee, der ist leise. Nee, das... So, ich würd sagen, da beenden wir die Folge mal an dieser Stelle. Äh, wenn's euch gefallen hat... Ey, die Kisten sind unten. Die sind hier unten. Ja, okay. Also, Leute, wenn's euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Runter. Unterstützt euch doch mit unserem Abo. Ja, auf jeden. Äh, wir sortieren es aber hier, oder? Ja. Wir machen ja ordentlich alles durcheinander. Ja, Mann. Und Leute, wenn's euch gefallen hat, liked, gebt uns ein Abo und bis dennne. Ja, ist gut. Ciao. Tschüss.